Also wir haben die Positionierung bei der Firma Dr. Mohr deswegen gemacht, um uns am Markt neu aufzustellen, um eben nicht ein großes Werbebudget in die Hand nehmen zu müssen, sondern mit dem Ziel, Energieresonanzpositionierung zu machen, um eben als Person, als Firma nach außen zu wirken und Kunden anzuziehen, ohne dass man dann das große Geld halt in die Hand nehmen muss. Und das ist das Ziel und da waren wir eben einen Tag lang zu fünf bei der Firma Mohr in Naila oben, hatten einen anstrengenden Tag hinter uns gebracht, der Herr Mohr hat uns aber hervorragend durchgeführt und wir sind dann auch mit einer Positionierung noch heimfahren, haben da aber nochmal drüber gebrütet und haben das Ganze jetzt noch umgestellt, sodass es halt für uns passt. Der Herr Mohr war dann zwei Wochen später nochmal bei uns und da haben wir nochmal alles durchgesprochen, sodass wir einfach zu einem Punkt gekommen sind, wo wir sagen können, ja, da kann man gut damit leben. Und jetzt geht es halt schlicht und einfach um die Umsetzung und da werden wir auch dann mit der Firma Mohr höchstwahrscheinlich die Homepage gestalten und da hatten wir jetzt auch ein Gespräch, das war ganz offen und ehrlich, da wird auch nichts aufgeschwatzt, sondern das fand ich ganz sympathisch, dass man halt auch, nee, das brauchst und das brauchst und das ist ja Quatsch, das kostet bloß Geld und bringt nichts. Also das fand ich ein offenes, ehrliches Gespräch und deswegen kann ich die Firma Mohr einfach weiter empfehlen.